Also grüß, mein Name ist Marder-Henz-Peter, ich bin der Geschäftsführer der Firma Sport & Tracht Marder Lermos. Als ich mich für Wintersteiger entschieden habe, das war für mich schon so gut wie fix, muss ich sagen. Aber wir haben dann auch die Schränke gesehen, die Qualität der Schränke war für mich schon bekannt, weil mir Maschinen von Wintersteiger auch was easy rennt, die Software natürlich. Für mich war wichtig, das System muss harmonieren, das ist ein Traum eigentlich. Einmal sehen uns schon echt eine Frage. Ich glaube, ich glaube, wir seconden, wie wir sind. aber wir müssen die Beschränke, die Akkaterin aus der Strecke kommen. Wir müssen uns ein Zaum Grill oder in der Ruhe zu tun. Mal sehen uns, die einekiemene, die Kräte ist entdeckend. Und da ist es in deine Zeit.